So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Letztes Mal haben wir rausgefunden, wer der coolste ist. Und jetzt weiß ich gar nicht, was haben wir jetzt an Missionen überhaupt noch übrig, mal wieder. Ich meine das mit dem Eiswerfen, ja, ansonsten ist hier alles erledigt. Klar, das geht automatisch. Mittlerweile noch drei, oh Gott, ey, das wird noch richtig heftig. In so kurzer Zeit so viele Leute. Ich hoffe, wir schaffen das da oben, halt, das könnte kritisch werden. Aber ansonsten, wöchentliche Missionen, Boogie Bomben, ja, gut, das habe ich versaut letztes Mal. Ach ja, die Angelwürfe. Das verstehe ich nicht, Explosionsschaden, während ich wegsehe. Ist das dann doch bei einem Gegner oder so? Keine Ahnung. Und einen Fisch ins Wasser werfen. Okay. Dann versuchen wir uns jetzt mal eine Waffe zu angeln. Ich glaube nur, dass ich hier drüben eine Angel kriege. Aber da ist schon einer, das ist schlecht. Aber hier sind schon überall welche, das ist schlecht. Aber das ist überhaupt nicht gut hier. So, überall Leute. Aber da unten läuft einer. Mäh. Komm, wir starten mal hier bei dem Ding und hoffen, dass da was ist. Da ist eine Truhe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Nicht viel, aber ein bisschen was. Da unten läuft auf jeden Fall auch einer rum. Ich wage jetzt mal was. Wow. Ich hab den echt auf die Art und Weise gekillt. Okay, das war sick. Der ist einfach verbrannt. Holy shit. Er ist einfach verbrannt. Er ist einfach verbrannt. Und auch weg. Haben wir überhaupt noch tägliche zum Erledigen? Kriegen wir jetzt noch was dafür? Ah ja, hier. Sehr gut. So, wo genau ist denn jetzt die Tour, die ich da die ganze Zeit höre? Weg. Yo. Das war schon ein bisschen frech, was wir gemacht haben, aber ist okay, ne? Kann man mal machen. Zack. Da ist eine Truhe. Wir haben doch gerade zwei noch geleuchtet. Sind die jetzt kaputt gegangen oder, oder wat? Ah, hier, hier, hier. Ah, hier ist eine. Jawoll-o. Komm her. Zack. Nicht viel Munition dafür, aber ein bisschen was. Okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, ein bisschen weg. Ein bisschen weg. Ein bisschen weg müssen wir. Okay. Da liegt noch Stuff rum. Sehr schön. Okay, dann hauen wir mal ab. Dann nicht. Tschüss. So. Ich meine, da vorne, es sollten ja einige Fahrzeuge sein. Wir sollten hier also recht gut wegkommen. Da mache ich mir jetzt mal keine Gedanken. Gedanken mache ich mir eher, dass ich hier gleich in den Typen noch reinrenne. Das wäre ärgerlicher. Ist hier auch so ein Wiederaufbauschild-Ding? Ja, Tatsache. Oh, hier wäre Angeln. Wir setzen mal die. So. Wenn wir was zum Angeln finden, dann angeln wir eine Runde. Weil da haben wir ja auch ein paar Missionen in die Richtung zu erledigen. Habe ich mit dir schon mal gesprochen, liebe Person da drin? Wir probieren es gleich mal aus. Ich glaube aber, ja. Ja, ja, doch, doch. Hatten wir letztens erst. I remember. Gib mir mal das Auto hier. Knappe. Wo ist das eine stärkere Angel? Ja, ne? Huch. Ja. Dann ersetzen wir die mal. So, und fahren jetzt erstmal Richtung Gebiet. Natürlich nicht ohne Zwischenstops. Das hier wieder so. Okay. Jetzt hat's funktioniert. Okay, dann habe ich wohl einfach keinen Explosionsschaden angerichtet scheinbar. Na, ist doch in Ordnung. Dann passt doch alles. Da. Wie gesagt, wir müssen los. Da wäre was zum Angeln, aber wir haben keine Zeit. Das ist auch nicht so gut. Wer fällt ein mit dem Explosionssch? Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt geht's besser. Egal. Wir sind ja schön wendig. Ne? Das hat nicht so gut funktioniert. Okay. Okay, wir sind schon in der Zone. Sehr gut. Haben wir mit der Person da drin schon mal gesprochen? Bestimmt. Weil ich hier schon ganz oft war. Safe haben wir schon mal mit der Person gesprochen. Oh, shit. Bin ich gar nicht so ganz in der Zone drin gewesen. Hier erzählt. Da vorne läuft einer. Hast du grad auf mich geschossen, Kollege? Das hat das jetzt eigentlich nicht zu meinen Kills gezählt. Ich hab doch da schon noch eliminiert. Ich hab doch da schon noch eliminiert. Oder es zählt, weil ein Kills und wird nicht immer oben angezeigt. Das kann natürlich auch sein. So, kommt der? Will der es wissen oder ist der woanders hin? Ach, da hinten ist er. Tschüss. So, leider nix zum Angeln hier, ne? Aber wir können kurz mal Fleisch essen. Mal auffüllen. So. Prima. Hm. Ah. Besser. Ah, wir müssen aber schon wieder weiter. Okay, das ist jetzt nicht das beste Auto, um weiterzufahren. Muss ich gestehen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Oh, hier hätte man angeln können. Scheiße. Hätte man sogar ganz gut angeln können. Hm. Hm. Naja, komm. Er ist, er ist, eigentlich ist er noch ganz gut. Wir kommen noch ganz gut von A nach B damit. Oh, wir kommen direkt an den See. Da können wir gut angeln. Hoffen wir werden gelassen. Was ist da los? Ach, du bist so ein Viech. Ups. Ah, weil hier ist, hier ist, hier ist, hier ist Dings ab. Okay. Mir geht gerade die, die... Darth Vader Action ab. Ja, okay. Dann, nee. Ciao. Ich wollte mich jetzt nicht mit euch anlegen. Ist schon recht. Ja, ist schon recht. Nervt mich nicht. Kann ich doch nichts dafür, wenn ihr getriggert wurdet. So. Ui. Okay. Also, hier kann man kurz mal angeln. Mit der Hoffnung, dass da was rauskommt, was brauchbar ist. Ja. Gib mir den. Okay. Wirf einen Fisch ins Wasser. Mach mal auch nämlich gleich. Hui. Sehr schön. Okay. Und mit der Waffe hier, die ich geangelt habe, muss ich jetzt Schaden zufügen. Aber wahrscheinlich an einem Gegner, ne? Ja. Hab ich mir gedacht. Okay. Die kann man wieder mitnehmen. So. Und dann fahren wir mit dem Boden eine Runde. Die grüne Waffe ist die, die ich geangelt habe. Der muss ich jetzt Schaden zufügen. An irgendjemandem Schaden zufügen. Und wenn ich dabei draufgehe, egal. Nur Schaden zufügen. Also egal natürlich nicht, aber... Es wäre okay. Da hinten. Warte. War wieder schlecht. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Ich will doch nur einmal kurz treffen. Hat das nicht gereicht für die Mission? Das ist aber ärgerlich. Fahre ich noch eine Runde weg. Alter. Ich glaube, das Geprieg hat die Mission irgendwie falsch verstanden. Oh, shit. Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht weg. Habe ich die Zeit, mich hier zu heilen? Ja. Gerade so. Aber gerade so. So, wie genau ist die Mission jetzt gehiesen? Schaden wird eine Waffe durch Angeln erhalten. Ich dachte, ich habe die Gründe durch Angeln erhalten. Vielleicht habe ich die Gründe nicht durch Angeln erhalten. Kann gut sein. Ich dachte, ich habe die Gründe durch Angeln erhalten. Naja, egal. Immerhin haben wir einen Fisch ins Wasser geworfen. Ist doch auch was. So, die Waffe wäre besser zum normalen Kämpfen. Wenn wir jetzt da rüber kämen würden, ohne Stress, dann könnte ich natürlich auch schön hier das Schild nochmal aufladen. Sehr gut. Not bad. Okay, ab zum Taxi. Go. Oh, das ist hier jetzt alles das Finale. Okay. Oh, da unten ist einer, der am Tanzen ist. Oh, hier ist einer. Der gut ausweichen kann. Nicht schlecht geschossen. Kommt der hinterher? Wir machen mal ein bisschen Waldplatz. Nice. Oh, shit. Shit. Ich habe nicht aufgepasst. Fuck, wo kam der her? Oh, okay. Der hatte die etwas bessere Waffe. Ist in Ordnung. Oh, okay. So krass war der Waldmann jetzt auch nicht. Gut. Nächste Runde. Bis gleich. Und da geht es auch gleich wieder los. Aber ihr merkt ja auch, wir nähern uns echt dem Level 100. Na, ich muss mal gucken, ob ich dann danach noch weitermache. Je nachdem. Ich denke, dann werde ich nur noch so gelegentlich spielen. Weil alles, was ich ja will, ist den Battle Pass voll. Ah ja, gut, ich meine, wir sind 77, ein bisschen dauern schon noch. Ich soll es uns auch mal nicht übertreiben. So, wir gehen gleich mal angeln, würde ich sagen. Wir gehen gleich mal angeln und angeln uns eine Waffe, dass wir die Mission mitnehmen. Das wird ja jetzt keiner hier bei dem kleinen Angelhäuschen hier starten wollen. Werde ich doch wohl meine Ruhe haben. Oh shit, das ist keine Waffe. Das ist eine Waffe. Das auch. Und das ist Munition. Sehr schön. Okay, lol. Was? Was war seine Mission? Hä? Also, for real. Nice. Sogar eine Profi-Angel. So, dann angeln wir jetzt mal eine Waffe. War? Halt dich für eine super Idee. Das ist keine... Oh, aber eine neue Fischart. Nice. Jetzt ist das Fisch-Ding hier weg. Was habe ich denn jetzt um mich herum? Habe ich jetzt irgendein Schild um mich herum? Interessant. Schockwellengranate. Also ist es weg. Okay. Oh, schade, ne? Kann eigentlich auch sowas auftauchen? Einfach im Offenen? Okay, ne, scheinbar nicht. Man braucht so'n... So'n... So'n Dings. So'n... Ja, so'n Dings halt. Ja, hier ist jetzt keiner mehr. Das ist jetzt schlecht. Da höre ich Schritte. Oh, da vorne schwimmt einer. Oder ist geschwommen. Und schwimmt jetzt nicht mehr. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Aber hier ist... Hier könnte ich angeln. Noch ne neue Fisch-Art. Nice. Halt, bleib hier. Ah, die sind aber noch da. Noch ne neue Fisch-Art. Ey, es läuft. Kann ich auch nicht kommen. Kann ich auch nicht nehmen. Aber Fisch-Arten sind cool. Das ist keine Fisch-Art. Das ist auch keine Fisch-Art. Den kann ich aber jetzt wieder zu mir nehmen. Der ist wieder so'n komischer Schock-Fisch. Irgendwas. Keine Ahnung. Nein. Die kann ich alle nicht. Und alle nur für Konditionen. Ah, neue Fisch-Art. Okay, cool. Mehr neue Fisch-Arten. Ja, freut mich. Okay. Und es ist aber auch weg. Aber wir angeln auch keine Waffe gerade, ne? Kann ich hier irgendwas tun? Nee. Halt. Du kannst aber zurück ins Wasser. Wir wollen mal nicht so sein, ne? Hier kann ich noch irgendwo angeln sonst. Gerade. Nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Sind wir im Gebiet eigentlich? Weil ich hab kein Ding... Ja, okay. Wir sind mitten im Gebiet. Sehr schön. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Jetzt verstehe ich, dass man muss das... Ah, ich muss das... Das Eis... Ich darf das nicht beim gleichen Gebiet werfen. Deswegen ist das schon abgehackt. Deswegen hat das Zweite nicht gezählt. Jetzt raffe ich das erst. Okay, ist in Ordnung. Kann ich akzeptieren. Deswegen hat das andere nämlich nicht gezählt. Okay. Alles klar. Aber hab ich hier jetzt noch Möglichkeit nochmal zu angeln? Kommt da noch irgendwas? Fischigässe oder so? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hat der mich gesehen? Nee. Ja, dein Pech. Oder mein Pech. Ja, okay. War mein Pech. Hab ich schlecht gemacht. Schade. Oh, aber er wird nochmal hier attackiert. Na okay. Äh, ja, ja. Ist gut. Er ist nicht schlecht. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. So. Und da geht's auch schon wieder weiter. Ähm... Wir steigen einfach mal hier aus. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will, ehrlich gesagt. Ach, ich wollte angeln. Ja, da war was. Da war ja was. Wir haben ja nachdem wir gerade ja keine Waffe geangelt haben, äh, probieren wir es einfach nochmal. Hier sollte sich doch ein schönes Plätzchen zum Angeln finden lassen. Wo man auch schön gechillt, in Ruhe, ne? Seinen... Seinen Wünschen nachgehen kann. Wo man jetzt noch überall Orte zum Angeln... Oh mein Gott! Einfach Eis zum Werfen... Ne, ist das Eis zum Werfen? Ne, ist das Eis zum Konsumieren? Ja, aber was... Was konsumiere ich damit? Was ändere ich dadurch? Ich weiß es nicht. Okay. Das war nicht so erfolgreich. Das ist das, was ich brauche. Gut. Das brauche ich nicht. Oh, ich bin dadurch schneller geworden. Okay, auch interessant. So, aber wir müssen das Eis werfen. Und zwar an... Zum Beispiel... Hier einmal ein Eis werfen. Dann machen wir das jetzt erstmal. Wenn ich gerade ein Eis habe, dann werfen wir jetzt erstmal ein Eis. Angeln können wir später auch noch. Jetzt werfen wir erstmal Eis. So, jetzt steht Tilted Towers da. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Eis werfe... Zählt das schon mal. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass ich jetzt... Na, oh, oh. Ich wollte nicht den Bot anschießen. Sorry, lieber Bot. Ich wollte nicht den Bot. Tschau. Nee, das ist der Bot. Was ist denn der andere? Da. So, jetzt ist Ruhe hier. Ich hab dir nichts getan. Also doch, ich hab dir was getan, aber... Das war keine Absicht. Tschüss. 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 Ich glaub nicht, dass er wieder chillt. Na gut, wir hauen ab. Okay. Wo muss ich noch ein Eis werfen? Da wäre das nächstschnellste Gebiet, wo ich hin muss. Okay. Dann werfen wir da gleich noch ein Eis. Ich komme da nicht hoch, doch jetzt. Oh, perfekt. Ähm, so. So. Erstmal konsumieren. So. Boah, 71 von den Dingern haben wir. Ach, das ist eine DMR. Ich habe gedacht, das ist was anderes. Äh. Oh, Striker Salvin-Gewehr. Ich ersetze mal hier durch. So. Brauche ich da ein Auto, dann komme ich damit nämlich am schnellsten wieder hier weg. Ja, da ist dein Taxi. Das ist sehr gut. Okay. Dann haben wir noch kurz Zeit für die Kisten hier vorne. Das tut nicht weh, die zu nehmen. Jawohl. 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 Oh, und ein Southpair. Was, 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 was schmeißt wir denn jetzt raus? Das Ding schmeißen wir raus. Okay. Und dann ab zum Taxi und raus hier. Da habe ich, da hinten habe ich den blauen. Oh. Klappe. Und runter da. Oh, lol. Oh, lol. Haben wir Zeit für das, haben wir Zeit für das Lama. Das ist so richtig, ne? Nee, eigentlich haben wir keine Zeit für das Lama. Furcht. Machen wir erstmal einen Abflug. Dann werfen wir da drüben kurz das Eis. Dann sind die Eismissionen auch weg. Oh, nee. Jetzt schon? Ist aber schlecht. Wusch. Okay, aber wir sind da. Alles gut. Ja. Auch hier fehlt es. Und sobald es anzeigt, passt die Geschichte. Sehr gut. Haben wir die auf... Oh, Maske. Komm her. Sehr schön. Da haben wir jetzt auch schon alle gefunden. Das war die letzte, die hier noch gefehlt hat. Find ich gut. Jetzt haben wir auch wieder Platz für eine Waffe. Ähm, hier war nichts drin. Okay. So. Wo wird denn hier geschossen? Ist er hier um die Ecke gleich? Ach, das sind dem seine Schritte, die ich höre. Ach so. Ja, gut. Aber wo müssen wir dann weiter? Na, ich glaube, ich hole mir nochmal mein Taxi. Ach nee, das war ja fast leer. Wow. Wieso, wieso? Was ist jetzt? Ich hab... Wieso denn du jetzt? Was ist denn heute mit euch los? Weiß... Checkt der... Also, weißt der, dass ich seinen Kumpel versehentlich angeschossen hab? Sind jetzt alle auf mich sauer? Sind jetzt alle Wächter automatisch auf mich sauer? Oder... Oder was ist die Mission hier? Oh, shit. Oh, das war super knapp. Naja, eigentlich... Also, super... Okay, super knapp war es jetzt auch nicht, aber... Ja, es war jetzt nicht gerade die beste Performance. Aber ich freue mich ja schon, wenn ich es schaffen kann, sowas abzuwehren. So. Nein! Wo denn jetzt noch einer? Wer will's denn jetzt wissen? Oh, da drin. Okay. Wie viele sind das? Eine. Ah. Aber ich muss weiter. Scheiße. Scheiße. Ich muss leider weiter. Okay, du könntest mir jetzt gute Dienste leisten. Wenn ich dich... No! Jetzt ist er weg. Was ist denn? Na gut, dann müssen wir uns halt so hier entlang entbewegen. Dann bewegen wir uns halt so hier entlang. Schlimmeres. Da vorne läuft einer. Nein! Ich dachte, ich schaff's ins Wasser. Ach, komm schon. Okay, ärgerlich. Na gut. Gucken wir uns an, was wir alles jetzt in den letzten zwei Runden... Äh, also nicht Runden, in den letzten zwei Sessions auf... Ach, ihr wisst, was ich meine. In den letzten zwei Parts erwirtschaftet haben. Neuigkeiten haben wir uns erwirtschaftet. Jawohl, alles klar. John Cena, natürlich. Update zur Nullbar. Ach so, das haben wir schon gelesen. Okay. Also. Vier Level. Das Viech. Und das Viech. Sehr schön. Zack, zack, zack. Wie das aussieht. Ganz weird. Okay, so. Dann ist jetzt hier nämlich alles erledigt. Sehr, sehr gut. Wir arbeiten uns hier voran. Ähm. Ja, hier geht's auch Stück für Stück voran. Und... Ah, eine tägliche würde noch fehlen, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Ach, ich hätte mich nur in den Sattelschlepper setzen müssen. Da wäre sogar einer gewesen in Tilted Towers. Egal. Nicht so wichtig. Wöchentlich fehlen nur noch ein paar. Haben wir auch ganz gut gemacht. Mir reicht's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.